Das Römische Imperium Die glänzenden Verhältnisse und die außenpolitischen Erfolge konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Inneren des Reiches eine Krise eingesetzt hatte. Die Struktur der Verwaltung durch Senat und Volksversammlung und die Verfilzung der Interessen und Beziehungen innerhalb der Senatoren-Schicht waren ein Problem für die Erhaltung des Großreiches. Hinzu kam, dass die Volksversammlung weitgehend aus besitzlosen, gelegentlich auch arbeitslosen Proletariern bestand und aus sich keine wirkliche Kontrolle oder Führungsfunktion entfalten konnte. Caesar nannte später diesen Zustand des Staates Körper ohne Seele. Als brennendstes Problem ergab sich zuerst die soziale Frage. Die Brüder Gaius und Tiberius Sempronius Gracchus suchten als Erste die Lage des kleinen Mannes zu verbessern. Tiberius Gracchus wurde 133 Volkstribun und brachte ein Ackergesetz ein, nachdem neue Bauernhöfe aus dem Gemeinbesitz dem Acker Publicus zu schaffen waren. Er sagte, Die Durchsetzung des Ackergesetzes stieß auf starke Schwierigkeiten und Tiberius ließ sich zu mehr oder weniger revolutionären Schritten verleiten, die schließlich ganz Rom in Gegner und Anhänger dieses Politikers spalteten. Schließlich wurde Tiberius bei einem Tumult in einer Wahlversammlung erschlagen. Sein Ackergesetz aber wurde allmählich durchgeführt. Gaius Gracchus, der Jüngere der beiden Brüder, setzte 123 v. Chr. die Reformpläne fort. Er sicherte die Getreidezuteilung an die Proletarier und gewann auch den Ritterstand für sich. Als er aber allen Italikern durch ein Bundesgenossengesetz das römische Bürgerrecht verleihen wollte, stieß er auf allgemeinen Widerstand. Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung fand auch Gaius den Tod. Der ganze Staat war nun polarisiert. Die Agrarreformen wurden gebremst, die Reformgegner schlossen sich als Optimaten, das bedeutet ungefähr so viel wie die Besten, zusammen, und die Anhänger des Volkes nannten sich Popular. Zunächst brachte die Besetzung von Südgallien neues Siedlungsland und damit eine gewisse Erleichterung. Der Krieg gegen den nordafrikanischen König Jugurta offenbarte aber schon die allgemeine Misswirtschaft. Die Ritter setzten zur Lösung der Probleme einen Homo Novus, einen starken Mann ohne Ahnen, Marius, als Konsul durch. Marius triumphierte über Jugurta und schützte dann Rom gegen die einbrechenden Kimbern und Teutonen. Marius führte auch eine neue Heeresorganisation ein, die zugleich der Lösung der sozialen Frage dienen sollte. Er zog Proletarier zum längeren Kriegsdienst ein, für den sie später eine Bauernstelle erhielten, und zwar in den Provinzen. Damit war eine Entwicklung eingeleitet, die später zur Romanisierung vieler Teile des Imperiums führte. Marius schied nach seinem sechsten Konsulat und vorausgegangenen Spannungen mit den Optimaten 100 v. Chr. aus der Politik aus. Er war der erste in einer Reihe von Heerführern, die immer mehr den Verlauf der folgenden politischen Ereignisse bestimmten. Der Tribun Marcus Livius Drusus, der den Bundesgenossen das römische Bürgerrecht für eine Abgabe vom Bündnerland zur Landverteilung an Veteranen geben wollte, wurde ermordet. Und die enttäuschten Italiker erhoben sich im sogenannten Bundesgenossenkrieg, der für Rom schwere Niederlagen brachte. So verliehen die Römer im Jahre 88 v. Chr. den Aufständischen das römische Bürgerrecht, das freilich zu seiner politischen Ausübung eine wenigstens vorübergehende Anwesenheit in Rom voraussetzte. Im Osten erhob sich König Mithradates von Pontos am Schwarzen Meer, der an einem Tag in Kleinasien 80.000 Römer töten ließ. Gegen ihn wurde von den Optimaten Sulla ins Feld gestellt, während die Popularen Marius beriefen. Wegen dieser Streitigkeit um den Oberbefehl entbrannte in Rom ein blutiger Bürgerkrieg zwischen Optimaten und Popularen, bzw. Sulana und Mariana, mit wechselnden Herrschaften und Verfolgungen in Rom. Schließlich siegte Marius in Abwesenheit Sullas und übte schreckliche Rache an allen seinen Gegnern. Hier wurde zum ersten Mal die politischen Gegner in Massen gnadenlos verfolgt und getötet. Sulla einigte sich mit Mithradates, kehrte nach Italien zurück, besiegte die Mariana und erklärte seinerseits Tausende der Popularen für vogelfrei und ließ sie töten. Hier gab es nun die sogenannten Proskriptionslisten. Er zog ihr Vermögen ein und siedelte auf ihren Gütern seine Veteranen als Kleinbauern an. Im Jahre 82 ordnete Sulla den Staat neu und sicherte die Senatsherrschaft gesetzlich. Dann zog er sich zurück und starb im Jahr 79 v. Chr. Die Verhältnisse allerdings beruhigten sich nicht. In Spanien tobte ein Aufstand und die Sklaven, die sich seit der Grachenzeit immer wieder erhoben hatten, gewannen in Spartakus einen Führer, der sie kriegsmäßig gegen Rom führte. Pompejus und Cassus schlugen allerdings beide Aufstände nieder. Die Aufstände lagen in den Jahren 80 bis 72 und 73 bis 71 v. Chr. Nun gab es einen neuen großen Mann bei den Optimaten, Pompejus. Er vernichtete im Jahre 67 v. Chr. die Seeräuber, die sich zu einer schweren Plage entwickelt hatten. Er besiegte Mithradates nun gänzlich und ordnete Kleinasien neu. Bald nannte man ihn Magnus, der Große. Allerdings besaß er nicht die komplette Macht und Unterstützung. Deswegen schloss er sich 60 v. Chr. mit Cäsar und Cassus zum sogenannten ersten Triumvirat zusammen, einer Verbindung von Macht, Pompejus, Intelligenz, Cäsar und Geld, Cassus. Diese drei Männer beherrschten nun eigentlich das Reich und zeigten deutlich, dass die Macht nicht bei installierten, gesetzmäßigen Gewalten lag, sondern bei Interessensgruppen und in der Hand weniger Führer. Im Jahre 60 brachte Cäsar als Konsul Ackergesetze durch, die etwa 30.000 Bauernstellen schufen und ging gegen räuberische Stadthalte vor. Von 58 bis 51 eroberte er als Prokonsul ganz Gallien, das heutige Frankreich, Belgien und Teile der Niederlande, und schlug die Germanen zurück. Gallien wurde romanisiert und die drohende germanische Völkerwanderung für Jahrhunderte aufgehalten. Inzwischen war Cassus im Krieg gefallen und zwischen Pompejus und Cäsar entbrannte der endgültige Kampf um die Macht. Im Jahr 49 war der Würfel gefallen, Alea Jagda Est, und Cäsar überschritt bei Rimini den Rubikon, einen Grenzfluss seiner Provinz. Nun begann der Bürgerkrieg. Pompejus wich nach Griechenland aus und Cäsar folgte ihm. Im Jahre 48 v. Chr. fiel bei Pharsalus in Thessalien die Entscheidung. Pompejus wurde besiegt, das Ende der römischen Republik zeichnete sich ab. Pompejus wurde schließlich in Ägypten ermordet und Cäsar schlug seine letzten Anhänger bei Tapsus in Nordafrika, 46 v. Chr. und bei Munda in Spanien, 45 v. Chr. In Ägypten ließ er sich mit der Königin Kreopatra ein und zeugte mit ihr einen Sohn, Cäsarion. Das war übrigens sein erster und einziger Sohn. Als Alleinherrscher, also als Diktator auf Lebenszeit, ordnete Cäsar Rom neu. Er gründete Veteranenkolonien und zorgte in Rom für Arbeit, wodurch die Getreideempfänger von 320.000 auf 150.000 absanken. Kleine Teile der Provinzen erhielten das römische Bürgerrecht. Italiker und Provinziale wurden zum Teil in den Senat aufgenommen. Der Tiber wurde reguliert, der Straßennetz ausgebaut, der Kalender reformiert. Es gibt nun den julianischen Kalender. Man überhäuft Cäsar mit Ehren. Der Monat Quintilis wurde ihm zu Ehren in Julius umgetauft. Der heißt noch heute so, das ist unser Juli. Doch die Anhänger der Alten Republik wollten Cäsars Alleinherrschaft nicht hinnehmen. Und so kam es an den Iden des März im Jahre 44 v. Chr. zu einer Verschwörung. Und Cäsar, als er den Senat betrat, wurde er von 23 Stichen der Verschwörer unter Führung von Brutus und Cassius ermordet. Markus Antonius trat als Nachfolger Cäsars auf und nahm das Volk durch die Bekanntgabe von Cäsars volksfreundlichem Testament gegen die Mörder ein. Die folgende Zeit brachte das zweite Triumvirat, das Bündnis des Marc Anton mit Gaius Octavius, dem Großneffen Cäsars, und späteren Augustus, und mit Lepidus, einem alten obersten Cäsars. Dieses Triumvirat hielt aber genauso wenig wie das erste zusammen. Lepidus wurde entmachtet, Antonius heiratete Kleopatra und entwickelte sich zu einem orientalischen Potentat. Antonius heiratete Kleopatra und Octavian legte sich auf die nationale Würde fest. Er wollte Roms Sitten erneuern. Und so steuerte der Gegensatz zwischen der östlichen, also Antonius, und der westlichen Reichshälfte mit Octavian zum Konflikt. Im Jahre 31 v. Chr. besiegte Octavian mithilfe seines Feldhahn Agrippa Antonius bei Aktium an der griechischen Westküste. Antonius und Kleopatra flohen und starben dann beide durch Selbstmord in Alexandria. Nun begann Octavian eine langjährige Friedensherrschaft, nachdem er allerdings vermutlich den Sohn von Cäsar und Kleopatra, Cäsarion, aus dem Weg geräumt hatte, also ermorden ließ. Echt jetzt NOT aus dem Weg der Welt Vielen Dank.